Tiere und Pflanzen auf der Wiese Was eine schöne Wiese! Forscher Hummelboldt ist auf Entdeckungsreise. All die schönen Blumen! Und Hummelboldts Freunde und Nachbarn wohnen hier auch. Wusstest du, dass eine Wiese aus verschiedenen Schichten besteht? Die Schichten sind wie Stockwerke in einem Haus und in allen Schichten leben Tiere. Lass uns die Schichten doch einmal zusammen anschauen. Ganz unten ist die Bodenschicht. Sie ist wie der Keller eines Hauses. Weißt du, was das hier für ein Tier ist, das es sich in der Bodenschicht gemütlich gemacht hat? Ein Maulwurf! Auch Regenwürmer oder Ameisen leben in der Bodenschicht. Und auch Hummelboldts Verwandte, die Erdhummeln, leben in dieser Schicht. Doch auch für Pflanzen hat die Bodenschicht eine wichtige Bedeutung. Von dort nehmen sie über die Wurzeln Wasser und wichtige Nährstoffe auf. Zudem sind Pflanzen über ihre Wurzeln im Boden befestigt. Über der Bodenschicht liegt die Streuschicht. In der Streuschicht leben zum Beispiel Schnecken, Käfer und Grillen. Aber auch Vögel leben in der Streuschicht. Vor allem die, die ihr Nest am Boden bauen und dort brüten. Zum Beispiel das Braunkehlchen. Über der Streuschicht ist die Blatt- bzw. Stängelschicht. Kannst du dir denken, welche Teile der Pflanzen sich in dieser Schicht befinden? Die Blätter und Stängel natürlich. Kannst du Tiere erkennen, die hier wohnen? Spinnen, Heuschrecken oder auch der Marienkäfer. Die letzte Schicht der Wiese ist die Blütenschicht. Sie ist wie das Dachgeschoss eines Hauses, ganz oben. Dort befinden sich die Blüten der Pflanzen. Auch hier lassen sich einige Tiere finden. Hummeln, Bienen oder auch Schmetterlinge lieben den süßen Nektar der Blüten. Lass uns doch diesen Schmetterling einmal näher betrachten. Weißt du, wie man diese Teile des Schmetterlings nennt? Das sind die Fühler. Und das hier ist der Körper des Schmetterlings. Der Körper des Schmetterlings besteht aus dem Kopf, der Brust und dem Hinterleib. An der Brust hat er drei Beinpaare. Kennst du auch schon das Wort für diese Körperteile des Schmetterlings? Das sind die Flügel. Die Flügel dieses Schmetterlings sind sehr bunt. Jede Schmetterlingsart hat ein anderes Muster. Es gibt sogar über 180.000 verschiedene Schmetterlingsarten. In Deutschland leben davon aber nur ca. 3.700 Arten. Lass uns auch noch eine Pflanze näher betrachten. Das hier ist ein Gänseblümchen. Hast du sie auch schon einmal auf einer Wiese gesehen? Hier unten befinden sich die Wurzeln. Sie nehmen Wasser und Nährstoffe auf. Weißt du, was das hier ist? Das sind die Blätter. Und hier siehst du die Stängel. Und welchen Teil der Pflanze findest du hier ganz oben? Die Blüte. Viele andere Blumen sind genauso aufgebaut. Kennst du noch andere Pflanzen und Blumen, die du auf einer Wiese finden kannst? Schauen wir uns einmal an, was wir entdeckt haben. Eine Wiese besteht aus verschiedenen Schichten. Die unterste Schicht ist die Bodenschicht. In ihr befinden sich die Wurzeln der Pflanzen. In dieser Schicht leben z.B. Maulwürfe oder auch Regenwürmer. Über der Bodenschicht liegt die Streuschicht. In ihr leben Schnecken oder verschiedene Käfer. Über der Streuschicht ist die Blatt- bzw. Stängelschicht. Dort leben z.B. Spinnen, Heuschrecken oder auch der Marienkäfer. Die letzte Schicht der Wiese ist die Blütenschicht. Dort kannst du Bienen, Schmetterlinge oder Hummeln beobachten. Hummelbold liebt die Wiese. Mal schauen, was bei der nächsten Wiese auf ihn wartet.